Du musst dich nicht fürchten. Gott hat Großes mit dir vor. Dieses Kind ist sein Weg. Es gibt ein Mädchen. Im Waisenhaus. Ich glaube, sie braucht jemanden, der sich um sie kümmert. Carlita ist gestört. Sie müssen sehr vorsichtig sein, Margaret. Es geht um das Mädchen. Es wird Schlimmes im Waisenhaus passieren. Furchtbar Böses. Ich tue alles für dich. Nein, nein, nicht. Was hat das Ganze mit Carlita zu tun? Die Kirche hat ihre Macht aufrechterhalten über tausende von Jahren. Sie werden alles tun, damit es auch so bleibt. Wie also kontrolliert man Menschen, die nicht mehr glauben? Du erschaffst etwas, was sie fürchten. Ich glaube, das Mädchen soll die Mutter sein. Die Mutter? Wovon? 3 Das Teufelszeichen. Hey! 666. 666. Das ist nicht real. 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 Was ist nicht real? Wer hat das gesagt? Das ist sehr real. Untertitelung. BR 2018